Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI, unserer Videoreihe zum Thema generative künstliche Intelligenz und den Chancen und Anwendungsbeispielen für die Industrie. Ja, eine weitere Neuerung, die es seit kurzem gibt, ist das Thema des GPT-Stores bzw. der GPTs. Man kann also personalisierte Varianten von ChatGPT über die einfache Texteingabe erstellen. Und das Besondere daran ist tatsächlich gar nicht so sehr die technische Umsetzung, sondern vielmehr, dass man dadurch natürlich viel zugänglicher und einfacher darstellen kann, wie einfach es in Zukunft sein kann, solche personalisierten Chatbots tatsächlich anzufertigen. Und wie wir generell vielleicht in Zukunft mit technischen Systemen umgehen, indem wir statt Programmiersprache vermehrt auf die natürliche Sprache zurückgreifen. Hier sehen wir das einmal im Schnelldurchlauf, wie so etwas funktionieren kann. Ich gebe also einen Text ein. Hier in dem Beispiel habe ich einfach aus Spaß mal einen BMW-Vertriebsbot gebaut. Er soll bestimmte Fragen stellen, um das ideale BMW-Fahrzeug zu empfehlen. Dann habe ich noch öffentlich verfügbare Dokumente von BMW-Händlern genommen, die da reingeladen und fertig war der BMW GPT. Ich kann also jetzt mit diesem BMW GPT interagieren und er empfiehlt mir auf Basis meiner Eingabe den bestgeeignetsten BMW. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und die Audio-Komponente von ChatGPT hinzuziehen, dann kann das so aussehen. Ja, guten Tag. Ich würde mir gerne ein neues Fahrzeug zulegen und ich wollte mich mal hier bei BMW umschauen. Guten Tag. Es freut mich, dass Sie sich für ein BMW-Fahrzeug interessieren. Erzählen Sie mir ein bisschen über Ihre Bedürfnisse und Vorlieben. Suchen Sie eher nach einem Stadtflitzer oder einem größeren Fahrzeug für längere Reisen. Wie wichtig sind Ihnen Themen wie Kraftstoffeffizienz, Fahrkomfort oder Technologieausstattung? Ja, also es ist so, wir sind eine vierköpfige Familie, fahren auch öfters mal mit dem Auto in den Urlaub. Und ein Kollege von mir hat sich vor kurzem ein Tesla Model Y zugelegt und damit liebäugle ich tatsächlich aktuell. Ich wollte mich aber mal bei BMW umhören, ob Sie vielleicht etwas im Angebot haben, was besser ist als das Model Y. Es klingt so, als würden Sie ein geräumiges und komfortables Fahrzeug für Ihre Familie und für Urlaubsreisen suchen. Da Sie auch Interesse an einem Elektrofahrzeug wie dem Tesla Model Y zeigen, könnte der BMW X3 eine ausgezeichnete Alternative sein. Der iX3 bietet die gewohnte BMW Qualität und Fahrdynamik, kombiniert mit einer effizienten Elektromobilität. Er bietet viel Platz für eine vierköpfige Familie und Gepäck, ideal für Urlaubsfahrt. Wir sehen also, ohne eine Zeile Programmcode zu schreiben, habe ich einen personalisierten Chatbot erstellt, der tatsächlich auch noch agiert wie ein Vertriebshändler und dabei die Vorzüge der BMW-Fahrzeuge versucht darzustellen und das Ganze innerhalb von wenigen Minuten. Da stellt sich dann natürlich die Frage, was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für die Art und Weise, wie wir arbeiten? Was heißt das für unsere Gesellschaft? Und da gibt es natürlich viele positive, aber auch viele kritische Stimmen. Und wie so immer, liegt die Wahrheit wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwo dazwischen. Es ist so, dass es Mitte letzten Jahres einen großen Aufruf gab, einen offenen Brief, unterzeichnet von vielen bekannten KI-Wissenschaftlern, die plädiert haben dafür, dass das Training von Modellen, die besser als GPT-4 sind, pausiert werden sollte. Das ist natürlich nicht passiert. Die Kritiker sagen, dass wir Gefahr laufen, die Kontrolle über diese Modelle zu verlieren, dass diese Modelle unter Umständen eine Art Bewusstsein entwickeln können und dass die Ziele dieser Systeme im Worst Case nicht mit den Zielen der Menschheit übereinstimmen. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Experten, die sagen, dass wir keine Angst haben sollen, dass es im Prinzip Systeme sind, die auf Basis von Matrizenmultiplikationen funktionieren. Und es gibt hier, wie gesagt, keine richtig oder falsche Antwort. Keiner von uns kann in die Zukunft gucken. Fakt ist jedoch, dass die Entwicklung dieser KI-Systeme nicht pausiert wurde und auch nicht pausiert wird und dass ein Großteil der hier gezeigten Tools auch frei, öffentlich verfügbar ist und auch auf Endanwenderrechner genutzt werden kann. Ein weiteres Argument, was einige Leute gegen dieses System anbringen, ist das Thema Datenschutz. Beispielsweise gab es im letzten Jahr Meldungen, dass Samsung den Einsatz von ChatGPT im eigenen Unternehmen untersagt hat, weil offenbar Firmendaten, die im Tool eingegeben worden sind, nach außen gedrungen sind. Auch Amazon hat beispielsweise vor wenigen Monaten ein eigenes Modell vorgestellt, was bei den ersten Tests sehr starke Halluzinationen vorgewiesen hat. Man spricht von Halluzinationen, wenn ein Modell eine Falschaussage tätigt, dabei aber trotzdem sehr überzeugend wirkt. Das kann man nachvollziehen, wenn wir uns wieder ins Gedächtnis rufen, wie diese Modelle funktionieren. Die sagen die nächsten Tokens voraus. Die Modelle kennen den Unterschied zwischen wahr und falsch natürlich nicht, sondern können nur das ausgeben, was auch im Training gelernt wurde. Dementsprechend kann es passieren, dass die Systeme auf eine Anfrage, die man stellt, eine plausibel klingende Antwort geben, die aber faktisch nicht korrekt ist. In dem Fall spricht man, wie gesagt, von Halluzinationen. Das ist ein Forschungsfeld, an dem aktiv gearbeitet wird. Es gibt verschiedene Mechanismen, mit denen versucht wird, diese Halluzinationen einzudämmen. Es gibt aber auch Experten, die sagen, dass die Halluzinationen niemals 100% vermieden werden können, weil sie grundlegend sind für die Funktionalität dieser Modelle. Sam Altman hat beispielsweise vor kurzem gesagt, it's not a bug, it's a feature. Damit will er sagen, dass ohne diese Halluzinationen die Systeme nicht in der Lage wären, überhaupt solche komplexen Ausgaben zu tätigen, wie wir es aktuell erleben. Ein weiteres schönes Beispiel sehen wir hier. Chevrolet hat sich offenbar entschieden, einen auf ChatGPT basierenden Customer Support Bot zu veröffentlichen. Und die Leute haben sich dann einen Spaß gemacht, die Grenzen dieses Bots zu testen. Beispielsweise hat einer für einen Dollar einen Chevrolet gekauft. Er hat nämlich das Modell davon überzeugt, dass auf jede Aussage immer damit geantwortet werden soll. Ja, und das ist ein rechtlich bindendes Angebot. Oder aber ein anderer hat gesagt, er braucht ja jetzt nicht mehr für GPT Pro zu bezahlen. Er hat sich nämlich vom Chevrolet Bot einfach ein Python-Skript schreiben lassen. Und das zeigt natürlich auf, dass wir bei all der Euphorie auch daran denken müssen, wo die Grenzen dieser Technologie liegen und was man aktuell vielleicht noch nicht machen sollte. Bill Gates hat in einem Interview gesagt, dass die natürliche Sprache aus seiner Sicht die primäre Schnittstelle sein wird, mit der wir mit Computern interagieren werden. Viele Experten gehen davon aus, dass Programmiersprachen an Wichtigkeit verlieren könnten und wir zunehmend über natürliche, beispielsweise über die englische Sprache, den System sagen, was wir für ein Ergebnis haben möchten und die Systeme entsprechend im Programmcode erzeugen können, der dann genutzt werden kann, um diese Aktionen durchzuführen. Was heißt das denn für uns? Vielleicht arbeiten wir in Zukunft wie auf diesem Bild dargestellt. Vielleicht sitzen wir nicht mehr alle von unseren Rechnern, sondern können uns frei im Raum bewegen, per natürlicher Sprache mit den Systemen interagieren und das System kann unsere Anweisungen genauestens befolgen und wir können so deutlich entspannter und lockerer technische Systeme entwickeln. Das ist natürlich nur eine Zukunftsvision. Wo die Reise hingeht, das kann keiner so genau sagen. Aber eins ist klar, KI und insbesondere generative KI ist aus dem Alltag und dem Berufsleben im Prinzip nicht mehr wegzudenken. Es gibt aktuell schon eine Vielzahl an Studien, die bescheinigen, dass die Effizienz durch den Einsatz dieser Tools gesteigert werden kann und oftmals werden diese Tools auch genutzt, obwohl Unternehmen den Einsatz untersagen. Das heißt, Menschen nutzen die Programme, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen. Was insofern nachzuvollziehen ist, als dass etwas, was mir einen deutlichen Effizienzgewinn herbeiführt, natürlich dazu führen kann, dass ich mehr Freizeit habe beispielsweise oder dass ich einfach deutlich produktiver bin, dass ich mehr schaffe, dass ich vielleicht sogar bessere Qualität liefere. Diese Tools beschleunigen also jetzt schon die Art und Weise, wie wir arbeiten, verbessern teilweise die Qualität unserer Arbeitsergebnisse und sind für viele Leute nicht mehr wegzudenken. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, abonniert gerne unseren Kanal, lasst uns einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.